Der Kommandant will nicht, dass wir diese Löhre gefangen nehmen. Sollen wir anders gehen, oder? Und bevor wir uns versahen, umratten wir uns gegenseitig. Weinten und bitten. Alarm! Zeuget ihr ihn! Wir drücken! Wir ziehen uns hin, oder? Habt ihr irgendwas? Die sind dann eben bestimmt wie erstens gelaufen. Wir sind gerückt. Aufgepasst! Die sind alle mord. Ich sagte mir, du hast zu viel Zeit gemacht. Es ist zu lange. Ich muss mich nicht bemerken, bei diesen Arten. Der Kommandant will nicht, dass wir die Verlöhre gepackt werden. Mach doch alles in ihr fest! Ich hab sie! Der Kommandant will nicht, dass wir die Verlöhre gepackt werden! Oh, 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 oh. Verdammt! 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 Gebt mir Deckung! Ich kümmere mich um die Rakete! Die Rakete! Lasst mich! Wir haben eine Rakete für euch! Kramat! Die Rakete! Die Rakete! Die Rakete! Die Rakete! Die Rakete!